Mein Name ist Bernd Pfeiffer. Ich bin Vorstand Finanzen der Schwarz-Dienstleistung KG. Wir sind als Familienunternehmen Europas größter Lebensmittelhändler. Und es macht mir Spaß, Wachstum mitzugestalten und Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein. 1960 nimmt die Erfolgsgeschichte der Schwarz-Gruppe ihren Anfang. Als Großmarkt in Heilbronn. Einige Jahre darauf eröffnen die ersten Lidl-Filialen, der Grundstein für ein Unternehmen der Superlative. Wir sind mal als schwäbischer Lebensmittelhändler gestartet. Und das Leitmotiv damals, zu Zeiten der Gründe und des Ursprungs, war eigentlich, wir wollen so groß werden, dass das Unternehmen alleine überlebensfähig ist. Das haben wir dann irgendwann mal geschafft und dann sind wir in Deutschland, in Europa gewachsen. Heute ist die Schwarz-Gruppe Europas größter Lebensmittelhändler. Expandiert mit Lidl und Kaufland auch nach Übersee. Wir haben 50 Märkte momentan in den USA und werden mit Kaufland 2020 nach Australien gehen. Und auch in Asien, in China sind wir mit Lidl und Kaufland auch im Online-Bereich tätig. Also das ist quasi der Schritt in die Zukunft. Aber nichts zu vergessen und ganz wichtig, wir sind ein stationärer Händler. Ein Händler, der ungewöhnliche Wege geht, mit einer eigenen Produktion. Immer bereit für Neues. Die Produktion ist für uns ein wichtiges Element im Bereich Rohstoffe zum Beispiel. Wasser, Wasser ist Rohstoff. Wir haben eigene Quellen. Wir wollen unabhängig sein. Und in der Backproduktion, wenn Sie die Berliner nehmen, die Millionen von Berlinern, die wir da pro Jahr produzieren, das sind Gleichdimensionen, wo wir sagen müssen, die Produktion für sich wäre schon ein großes mittelständisches Unternehmen. Ein Unternehmen, das sich mit Deutschlands größtem Science Center und einem eigenen Bildungscampus gesellschaftlich einbringt. So fördert die Schwarz-Gruppe die Bildung von Kindern bis hin zu berufstätigen Erwachsenen. Bildung ist der Rohstoff der Zukunft und das ist auch für unseren Inhaber, den Herrn Schwarz, eine wesentliche Grundlage eben, sich dafür einzusetzen, dass in Bildung investiert wird und die Grundlagen dafür zu schaffen, dass junge Leute ausgebildet werden, die dann wieder in der nächsten Generation die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Strukturen weiterentwickeln werden. Und all das mit der LBBW als starkem Finanzpartner an der Seite. Sowohl die Kundenbetreuer als auch im Vorstand ist man für uns zu sprechen. Wenn Anliegen da sind, die alle unsere Geschäftsbereiche betreffen, egal ob Produktion im Inland oder auch Fragestellungen im Ausland, sei es Finanzierung oder auch einfach nur mal Know-how aus dem Finanzbereich, jetzt Usancen im angesächsischen Kapitalmarkt, die uns vielleicht nicht so bekannt sind. Einfach, wenn Fragen da sind, ist ein Ansprechpartner da und der begleitet uns die Landesbank Baden-Württemberg seit vielen Jahren. Die Schwarz-Gruppe. Ein Unternehmen ohne Stillstand. Aufgebaut auf geteilten Werten, die motivieren. Der schwarzische Geist ist also erstmal vielleicht zu umschreiben mit einer inneren Kraft. Die innere Kraft, immer mehr zu wollen, nie stehen zu bleiben. Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Das ist das Motto der Unternehmensgruppe Schwarz. Die ständige Verbesserung, die ständige Innovation, das hat uns in die Position gebracht, in der wir heute sind. Bereit für Neues. Untertitelung des ZDF für funk, 2017